Eine letzte Amtshandlung verbleibt uns noch. Im mittleren Text wird verlangt, dass der Titel mit einer Rahmenlinie unten versehen sein soll. Generell ist die Regel, dass man Texte nie unterstreicht. Allenfalls mal ein Weblink, aber auch dort macht es den Text eher unleserlich. Gerade Buchstaben wie G und Q können dadurch nicht mehr gut unterschieden werden. Wenn schon, machen wir das mit dieser sogenannten Rahmenlinie. Ich überfahre den Text und du siehst, es ist hier schon richtig eingestellt. Der Vollständigkeit halber zeige ich alle Möglichkeiten an. Wir wählen jetzt also Rahmenlinie unten und schon ist dieser Titel auf die korrekte Art unterstrichen. Allenfalls ist jetzt diese Linie etwas nahe beim Text. Das können wir auch noch ändern, indem wir hier auf die Optionen gehen, Rahmen und Schattierung. Und dann bei den Optionen den unteren Abstand zum Beispiel auf drei Punkte setzen. Und jetzt wirkt es deutlich eleganter.